Annalena macht Schluss. Sie wird nicht neue Kanzlerkandidatin der Verliererpartei der Grünen. Es gibt auch mal gute Nachrichten. Doch wird Robert Habeck jetzt gleich die Chance ergreifen. Er wurde direkt von Reportern darauf angesprochen. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt sie noch, die Nachrichten mit Sensationswert. Annalena Baerbock verzichtet auf eine erneute Kanzlerkandidatur für die Grünen. Hätte ich eine Flasche Sekt, hätte ich sie jetzt hier für euch aufgemacht. Es ist eigentlich wirklich Grund zum Feiern. Allerdings ist das Lob, was man über sie ausgeschüttet hat, danach wirklich phänomenal. Aber wir schauen uns erstmal die Reaktion von Robert Habeck an, als er in Deutschland auf das Interview von Annalena Baerbock bei CNN in den USA gefragt wurde, ob er denn jetzt direkt seine Kanzlerkandidatur erklären möchte. Schaut rein. In Washington gegenüber CNN, wie bewerten Sie das und erklären Sie jetzt Ihre Kanzlerkandidatur? Erst einmal will ich sagen, dass Annalena Baerbock dafür gesorgt hat, dass Deutschland in den letzten Jahren ein Stabilitätsfaktor in der Außenpolitik gewesen ist und nach wie vor ist und einen hervorragenden Job als Außenministerin macht, dass sie in Berlin, in den USA-Statements gibt, zeigt, wie tief sie in der Außenpolitik verankert ist und unterwegs ist. Und alles Weitere werden wir in den Gremien beraten und die richtigen Entscheidungen rechtzeitig verkünden. Vielen Dank. Habt ihr das gehört? Oh Robert, sorry, aber dass Deutschland gut vertreten war im Ausland, dass Annalena vernetzt ist, möchten wir nochmal kurz zusammenfassen, auf was wir die Amtszeit von Annalena Baerbock reduzieren können. Sie ist schon über ein Dutzend Mal nach Nahost geflogen, bisher mit gar keinem Erfolg. Sie verteilt Geld an die UNRWA, anstatt teilweise lieber Hilfsmittel zu liefern. Mit dem syrischen Regime hatte sie keinen einzigen Termin in den vergangenen drei Jahren. Ebenfalls gibt es mit den Taliban offiziell keinen Termin, aber das mit den Taliban ist spannend. Es gibt in Berlin eine Botschaft mit diplomatischem Personal aus Afghanistan und es gibt da eine Frage an die Bundesregierung, wo wir noch auf die Antwort warten. Es wird wirklich spannend, denn die Diplomaten, sie werden akkreditiert von Annalena Baerbock, vom Bundesministerium des Auswärtigen. Annalena Baerbock hat in der Ukraine gesagt, wir stehen an eurer Seite, equal what my German voters say. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. Ja, so equal ist es dann doch nicht so egal, ne Frau Annalena Baerbock. Sie wollen auf eine Kanzlerkandidatur verzichten, um sich voll und ganz auf das Amt der Außenministerin zu konzentrieren. Das ist auch bitter notwendig, denn sie haben jetzt nach drei Jahren absolut gar nichts vorzuweisen. Ja, sie wollen die ganze Zeit ihr Meisterstück machen beim Konflikt in Nahost. Sie haben noch nicht mal ihre Zwischenprüfung, geschweige denn ihr Gesellenstück abgeliefert. Bekommen sie irgendetwas mal auf die Reihe? Wie wäre es mal mit Rückführungsabkommen, mit gewissen Staaten etc.? Aber nein, wenn es jemandem nicht passt, dann wird das nicht gemacht bei Annalena. Der Lob, der über Annalena ausgeschüttet wird, wirklich phänomenal. Ihr wisst doch noch, als es um die weißen deutschen Spieler ging bei Katrin Göring-Eckardt, sie twitterte hier eine Entscheidung aus Verantwortung für das Land. Gerade jetzt braucht es eine deutsche Außenpolitik, auf die sich unsere Partner verlassen können. Dafür steht Annalena Baerbock. Sie zeigt, wie Teamplay und Leadership gehen. Das ist auch eine Ansage in dieser zerklüfteten Zeit. Ja, sie zeigt, wie Leadership geht. Ja, wie grünes Leadership geht. Was ist denn das für ein Leadership? Das ist ja einmal nichts. Das ist ja einmal gar nichts. Also, ich frage mich manchmal, wir hatten gestern, was raucht Olaf Scholz, beziehungsweise was wird im Kanzleramt geraucht? Ich glaube, hier bei den Grünen sollten wir mal genauer hinschauen. Es geht jetzt hier weiter. Ricarda Lagen, sie hat auch sich geäußert. So kennen und schätzen wir Annalena Baerbock. Verantwortung fürs Ganze und Teamspielerin. Eine Außenministerin wie sie wird im Moment so sehr gebraucht, wie vielleicht noch nie. Respekt, dass sie gerade in diesen stürmischen Zeiten all ihre Energie darauf konzentrieren will. Und soll ich euch mal was verraten? Sie lügen uns hier alle an. Annalena Baerbock verzichtet nicht auf die Kanzlerkandidatur, weil sie sich auf ihr Außenamt konzentrieren möchte, sondern weil sie eine Realitätshärtung erfahren hat. Sie wissen, dass sie abgeschlagen sind in den Umfragen. Eine Elf-Prozent-Partei, die faselt von einem Kanzlerkandidaten. Selbst Robert Habeck hat nicht gleich zugegriffen. Ich denke, es gibt beim nächsten Mal bei der Bundestagswahl am Ende gar keinen Kanzlerkandidaten der Grünen, um sich nicht diese Blöße zu geben, ob sich Robert Habeck verheizen lassen will in einer so unaus-, also in so einer unwegbaren Situation, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Grünen gehen am Ende mit einem Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl. Wer das dann sein wird, werden wir mal sehen. Aber sie leben auf ihrem eigenen Planeten. Sie leben in ihrer eigenen Realität. Gestern in der Maske von Sandra Meichberger war Hubertus Heil und wurde geschminkt von Maskenbildnerinnen. Und die Maskenbildnerin konnte nach ein paar Sätzen Hubertus Heil nicht mehr ertragen und sagte, Leute, in welcher Welt leben sie eigentlich? Sie leben in einer Realität, die nicht unsere ist. Leute, kein Spaß, das ist wirklich so passiert. Sie leben in ihrer politischen Blase und sie spielen das Lied auf der Titanic, bis das Schiff untergegangen ist. Du und ich, wir sind die Matrosen, die schon früher im kalten Wasser sind. Die anderen, die sitzen oben noch im Speisesaal, wo die Musik noch spielt. Aber der Wind, er dreht sich langsam in diesem Land. Die Fußballer mit ihrer Aussage, wer jetzt alles Deutschland verlässt und es im Ausland für sicherer befindet, die, die aufrufen, die AfD nicht zu wählen. Ich sage euch, haltet die Klappe, wenn ihr ins Ausland flüchtet vor der Politik in diesem Land. Und dann gibt keine Ratschläge, wen man nicht wählen sollte. Ihr seid nämlich gar nicht mehr Teil der Gesellschaft hier, die die Konsequenzen dieser Politik ertragen muss. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Die Grünen wollen das hier als kleinen PR-Cook verkaufen, etwas feiern. Und da sage ich nur, Leute, es ist erst der 11. Juli. Die Sommerpause, sie ist noch lang. Das Sommerloch, was kommt, das ist noch groß. Ich bin gespannt, was dieses Jahr kommt. Ob wir wieder Löwen jagen in Berlin oder Bären oder sonst was. Auf jeden Fall wollen die Grünen uns hier eigentlich einen Bären aufbinden, indem sie sagen, sie stellen sich in den Dienst für das Land und nicht für die Partei. Leute, da oben. Ihr habt kapiert, dass es nichts bringt. Und dann sagt ihr euch, die Mühe und die Arbeit und die Zeit für so eine Kandidatur, die sowieso keine Aussicht auf Erfolg hat. Wir sparen uns das und genießen die Freizeit. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Sagst du auch, Grund zum Feiern? Dann wird es wenigstens nicht Annalena. Am Ende wird es Robert. Naja, immer noch besser, wie wenn es am Ende Ricarda wird. Oder wer sonst noch bei dieser abgehalfterten Gurkentruppe sonst so im Repertoire vorhanden ist. Das erinnert mich irgendwie an einen schlechten Fundus eines Laientheaters, wenn man noch ein paar Requisiten braucht, die schon ziemlich abgenutzt sind. Aber ich möchte hier nicht weiter auf die Grünen einhacken. Das machen die Grünen von ganz alleine. Die Grünen, sie stehen ganz alleine da in Deutschland. Fast niemand will mehr was mit ihnen zu tun haben. Nur noch 11 Prozent würden sie wählen. Und von denen, die sie wählen, ist die Hälfte mit der Migrationspolitik nicht einverstanden. Die wählen die wirklich aus Überzeugung fürs Klima. Sie wählen dann Robert Habeck, den Klimaminister, der die Kohle verfeuert hat, der die AKWs abgeschaltet hat, der schmutziges LNG geholt hat. War notwendig, bin ich dabei. Aber diese Floating-Schiffsstationen, die da liegen, die ihr Chlor dann ins Meer ableiten, alles eine schwierige Sache. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram. Kommentiere dieses Video und teile es mit allen, die sich darüber freuen können, dass die Grünen endlich mal ein Stück mehr in der Realität angekommen sind. Und wenn du dran bleibst, dann mache ich demnächst mal ein Video zu den Grünen und ihrer ominösen Immobilie, die sie öffentlich nicht mehr zeigen wollen, die sie quasi aus dem Vereinsregister löschen lassen wollen. Die Grünen, sie betreiben Vermögensschleierungen in Berlin mit ihrem Grundstück und da sind diverse seltsame osteuropäische Firmen angemeldet mit ganz dubiosen Sachen. Das ist spannend, aber ich denke, ich muss einen Vor-Ort-Termin machen und mir dieses Grundstück anschauen. Damit sage ich ciao, bis bald.